Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Alpcasts, dem Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Und heute in Folge 6, wie ihr am Titel sicher schon lesen konntet, sprechen wir über Marken und Hersteller. Warum ist das denn so ein großes Thema? Wenn wir so einen Blick in die Sportgeschäfte werfen, ich meine jetzt sind sie natürlich geschlossen, aber wir können uns natürlich auch Online-Shops anschauen, dann sehen wir eine unglaubliche Auswahl an Artikeln, Produkten, an Ideen, wie uns Hersteller irgendwie helfen können und helfen wollen, uns in den Bergen besser zu bewegen, ein besseres Erlebnis zu haben. Aber das Ganze hat ja irgendwo einen Ursprung. Irgendwo kommt diese Art des Verkaufs doch her. Also wenn wir in einen Laden gehen, der so bergsportspezifisch ist oder einfach bei unserem Sportladen in die Bergsportabteilung schauen, dann fühlt sich das alles so notwendig an. Also alles, was wir da sehen, das könnte man ja alles ganz gut brauchen. Und wenn man richtig viel Geld hätte oder einfach dafür nichts zahlen müsste, sagen wir es mal so, dann könnte man da wirklich sagen, ja das kann ich alles gut brauchen. Also es gibt ja nichts, was keinen Anwendungszweck findet. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, denn das war noch nicht immer so. Und ich glaube, gerade für Leute, die den Bergsport gerade erst kennenlernen, ist das wahnsinnig spannend, auch mal ein bisschen einen Ausflug in die Geschichte der Ausrüstung und der Technik zu machen und zu sehen, wie sich Technik und Ausrüstung eigentlich entwickelt hat, aber vor allen Dingen in der Masse, wie es sich verändert. Und wenn wir über technische Ausrüstung sprechen und was anderes, das ist ein ganz großer Unterschied zur heutigen Zeit, was anderes gab es früher tatsächlich gar nicht. Also Bergsportausrüstung im 19. Jahrhundert war ausschließlich technische Ausrüstung. Es gab keine Mode dafür, es gab kein Outdoor-Bekleidungszentrum oder sowas ähnliches, denn die Kleidung, die war eigentlich relativ standardmäßig. Man konnte sich mehr oder weniger darin bewegen. Es waren meist Fleece oder manchmal auch etwas dickere Filz, gefilzte Jacken, sehr einfache, schlichte Hosen. Und das auch bei den staatlichen Bergsteigern, sage ich mal. Also bei denen, die im Staatsauftrag versucht haben, Erstbesteigungen im 19. Jahrhundert zu machen. Also auch ein Edward Wimper war in relativ, vergleichsweise mit heute, relativ einfacher Kleidung unterwegs. Und deswegen können wir diesen ganzen Kleidungssektor jetzt erstmal beiseite legen, denn den gab es damals noch gar nicht. Ganz, ganz spannendes Phänomen. In den 90er Jahren hat sich da dann viel verändert. Darauf kommen wir dann gleich. Aber gehen wir zuerst mal in Richtung 19. Jahrhundert. Was ist denn da überhaupt passiert? Im 19. Jahrhundert gab es einen ganz wichtigen, nicht unbedingt berühmten, aber einen sehr wichtigen Mann im Bergsport. Nämlich den Mann namens Hans Fichtel. Und der Hans Fichtel, der war ein wirklich schlauer Fuchs, denn er hat sich gedacht, das Klettern in den Alpen, im hochalpinen Raum, das muss irgendwie auch sicherer gehen. Denn so wie es bis zu diesem Zeitpunkt war, war es relativ unsicher. Es gab viele Todesfälle, auch wenn statistisch nicht sehr signifikant. Denn tatsächlich waren ja früher sehr, sehr viel weniger Bergsteiger als heute. Aber es sind die Missionen der Bergsteiger sehr viel komplexer und sehr viel gefährlicher gewesen. Und Hans Fichtel hat sich gedacht, naja, man müsste doch irgendwie eine Möglichkeit finden, die Berge etwas abzusichern. Vor allen Dingen die ganz steilen Berge. Und deshalb gilt er zusammen mit Otto Herzog und Hans Dülfer als einer der Erfinder, unter Anführungszeichen, Erfinder des modernen Alpinismus. Denn er war quasi der Wegbereiter für die moderne Felsklettertechnik. Er war dafür verantwortlich, dass der sogenannte Fichtelhaken entwickelt wird. Und der Fichtelhaken ist mehr oder weniger der Grundstein fürs Felsklettern gewesen. Dieser wurde nämlich mit einem Hammer einfach in Felsspalten oder in Felsrisse eingeschlagen. Und dadurch hatte man quasi einen Sicherungspunkt. Warum erzähle ich euch das jetzt alles? Naja, die Historie ist insofern interessant, als dass die Weiterentwicklung des Fichtelhakens auch eine Weiterentwicklung anderer Techniken mit sich brachte. Und gerade als in der zweiten industriellen Revolution, also Anfang des 20. Jahrhunderts, sich eine Art von Industrialisierung der Stoffe breitgemacht hat, später auch wirklich die Implementierung von Plastik sehr relevant wurde. Also nicht nur in der Kletterszene, sondern allgemein in der Industrie. Plastik erstmals zum Einsatz kam, etwas nach der zweiten industriellen Revolution, versteht sich. Da war das dann ein großes Thema, denn die Bergsteigerausrüstung bestand bis zum, ich sag jetzt mal, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts aus zwei Dingen. Aus den klassischen Alltagsgegenständen, zum Beispiel aus den klassischen Loden oder sonstigen Bekleidungsmaterialien, aus genagelten Schuhen und aus einem Hanfseil. Und das Hanfseil, das kam aus der Schifffahrt ursprünglich, beziehungsweise aus der Bootsfahrt und hatte eigentlich im Klettern, wurde es mehr oder weniger zweckentfremdet. Zumindest wurde es dafür nicht konstruiert, aber die Bergsteiger haben eben erkannt, dass es immer noch besser ist, als gar keine Ausrüstung zu haben. Und das Hanfseil hatte diverse Probleme, also brachte wirklich große Probleme mit sich. Es riss relativ leicht. Es war nicht so dynamisch wie heutige moderne Seile. Das heißt, oftmals weite Stürze gingen ohnehin tödlich aus. Das Hanfseil war also nur in wenigen Fällen tatsächlich eine Lebensrettung. In vielen Fällen war es, naja, man könnte sagen, nutzlos. Na gut, jedenfalls war das Hanfseil, die klassische Alltagsbekleidung und der Fichtelhaken dann in dem Zeitraum der zweiten industriellen Revolution die einzige Ausrüstung, die Kletterer hatten. Und dann passierte so nach dem Zweiten Weltkrieg etwas ganz, ganz Spannendes. Die ganze Technologie hinter dem Bergsteigen wurde deutlich, deutlich verbessert. Also es wurde viel aus der Kriegstechnik übernommen, also die Geschichten mit den Gaskochern und so weiter. Also Expeditionstechnologie und militärische Technologie waren sich sehr, sehr nahe. Da hat man sich eben viel aus diesem Überlebensprinzip abgeschaut, das im Militär natürlich ganz üblich ist und hat das in das expeditionelle Bergsteigen übernommen. Doch gerade im Consumer-Bereich, wenn man das so nennen möchte, beziehungsweise in diesem Wander- und Bergsportsegment, in diesem sehr, heute in diesem Breitensport, sage ich jetzt mal, ja da hat sich da lange nichts getan. Und das klassische Felshaken-Bergsteigen, das war lange Zeit sehr, sehr üblich. Und da hat eben der Vorsteiger den Felshaken eingeschlagen und der Nachsteiger hat versucht, dass er den Haken wieder mitnimmt. Und so hat man sich eben auf die Berge hochgearbeitet und auch irgendwie wieder runter. Und viele Technologien wurden praktischerweise durch die Entdeckung des Plastiks dann revolutioniert. Also viele Technologien wurden da deutlich verbessert. Das Hanfseil wurde durch ein dynamisches Kletterseil schrittweise ersetzt. Und genau dasselbe fand dann mit Rebschnüren statt, also sehr, sehr dünnen Seilen, die spezielle Anwendungsgebiete bekommen haben, weil sie sehr, sehr leicht waren. Außerdem gab es dann noch eine weitere Erfindung, nämlich den Bohrhaken, der dann später den Fichtelhaken mehr oder weniger vollständig abgelöst hat. Und heute kommt der Fichtelhaken, der klassische Felshaken sozusagen, ja ohnehin nur noch bei sehr alpiner Kletterei zum Einsatz. und ist nicht mehr eine gängige Methode, eine Route abzusichern. Heute ist man deutlich mehr mit mobilen Sicherungsmitteln wie Keilen oder Friends unterwegs. Insofern, die Technologie hat sich unfassbar weiterentwickelt. Und da gibt es jetzt spannende Entwicklungen, wenn man sich vor allen Dingen die letzten 15 Jahre anschaut, beziehungsweise vielleicht auch die letzten 20 Jahre, je nachdem, was man da jetzt reinfallen lässt. Mit der Entwicklung weg vom Schalenschuh hin zu einem klassischen Synthetikschuh oder vielleicht auch meinetwegen, heute gibt es hier immer noch auch stellenweise moderne Lederschuhe, hat sich im Bereich des Gewichts einiges getan. Und viele Hersteller haben gewusst, dass sie damit ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, aber vor allen Dingen eine deutliche Verbesserung gegenüber der vergangenen Ausrüstung darstellen. Also hier gab es ja wirklich deutliche Verbesserungen in Sachen Gewicht, in Sachen Leistung, in Sachen Zuverlässigkeit und auch in gewisser Weise mehr oder weniger, was die Robustheit betrifft. Also Synthetikschuhe sind heute etwas weniger robust als die Lederschuhe, aber deutlich verbessert im Vergleich zu vergangenen Arten von Schuhen. Und das Ganze passierte ja nicht nur mit den Bergschuhen, sondern wie gesagt mit der Implementierung der Synthetikfasern in den Bergsport passierte das mit Bandschlingen, Rebschnüren, mit Kletterseilen und so weiter. Und Plastik hat heute auch eine sehr, sehr große Bedeutung in der Bekleidung. Und die Bekleidung, das ist eine ganz besondere Geschichte, denn mit Bekleidung verdienen heute Hersteller sehr, sehr viel Geld. Das bedeutet, die technische Ausrüstung, die hat sich jetzt über die letzten 150 Jahre, rund 150 Jahre, wirklich fortschrittlich verbessert und weiterentwickelt. Aber was ist denn aus der Bekleidung eigentlich geworden? Naja, aus den Loden sind wir mittlerweile raus. Also das ist jetzt wirklich schon länger der Fall. Wir sind dann übergestiegen, also die Bergsteiger-Community ist dann übergegangen zu den klassischen Flanellhemden und da wurden dann auch oft noch immer Filz oder ein klassisches Sakkos getragen. Aber so richtige, ich sag jetzt mal, bergsporttaugliche Ausrüstung, wie man das heute nennen würde, war das dann in den 90ern immer noch nicht. Bis eben das Plastik mit den Regenjacken etc. dann auch die Bergsportwelt entdeckt hat. Und Plastik hatte eine wahnsinnig große Bedeutung. Also nicht falsch verstehen. Plastik ist Polyethylen, ist diese ganze Polyester-Geschichte, das ist im Prinzip mehr oder weniger sehr vereinfacht ausgedrückt Plastik. Und das alles war sehr, sehr wichtig für die Weiterentwicklung der Bekleidung. Während die technische Ausrüstung irgendwo in den letzten 10 Jahren mehr oder weniger stehen geblieben ist, zumindest was die innovativen Ansätze betrifft, hat sich in der Bekleidung doch einiges getan. Schließlich haben wir heute keine Wollpullover mehr an, sondern wir haben Softshell-Jacken und Fleece-Jacken. Und Fleece ist im Prinzip auch nichts anderes als Plastik. Und das alles hat sich insofern weiterentwickelt, als dass wir heute deutlich effizienter unterwegs sind und das nicht nur was die Wärmeleistung zum Beispiel betrifft oder auch die wasserabweisende Wirkung, sondern eben auch das Gewicht und den Komfort. Und irgendwie hat sich da aber jetzt in den letzten Jahren auch nicht mehr viel getan. Also ich meine, ich laufe jetzt in Fleece und Softshell-Jacken und Hardshell-Jacken seit 6, 7, 8 Jahren immer in denselben herum. Viele andere tun das auch. Und jetzt wissen natürlich die Hersteller bald nicht mehr so wirklich, wie sie ja noch einen Absatz generieren sollen. Und jetzt sind sie natürlich sehr froh, dass in den letzten 2, 3, 4 Jahren der Bergsport und der Alpinismus so einen großen Zulauf erhalten hat, denn das sind ganz viele potenzielle Kunden. Aber wenn man sich anschaut, wie viele neue Marken auf den Markt gekommen sind, dann weiß man, das kann sich nicht ausgehen. Das Schöne ist aber, dass Bergsportartikel nicht günstig sein müssen, um verkauft zu werden. Das ist eine Sache, die irgendwie in den letzten, ja ich würde sagen 5 Jahren sich so ein bisschen entwickelt hat, dass jedes Produkt irgendwie zu jedem Preis verkauft werden kann und es wird immer jemanden geben, der das kauft. Und ich habe das insofern interessant gefunden, als dass ich da ein bisschen an die Modewelt denken habe müssen und mir gedacht habe, naja gut, ja es laufen ja heute auch Leute zu Burberry oder Prada oder Gucci und kaufen dort für sehr sehr viel Geld Produkte und Qualität ein, die eher der Norm entspricht, aber definitiv überdimensioniert preislich gestaltet ist. Und insofern ist das interessant, als dass die Bergsportwelt das einfach kopiert hat. Und während Felshaken und Co. immer relativ, also in der Vergangenheit immer relativ, ja, mit einem Nullsummenspiel verkauft worden sind, weil die Herstellung relativ teuer war und man hat sie irgendwie an den Mann bringen müssen und die Leute, die sich Felshaken gekauft haben, waren meistens eh nicht die reichsten und deswegen, ja war das immer so ein, naja, also richtig viel verdient, hat da niemand was dran. Aber wenn man sich heute anschaut, wie groß die Marken sind, also egal welche Marke, Dynafit, Salewa, Mammut, Orthovox ist ja mittlerweile auch sehr sehr groß, dann ist das schon spannend, wie sich diese Firmen so gut entwickeln haben können. Die haben schon relativ viel Geld verdient, könnte man da meinen, aber warum haben die denn so viel Geld verdient? Naja, grundsätzlich ist es so, dass die Produktion von diesen Gütern im Allgemeinen gesprochen, egal ob das jetzt Hosen, Jacken, Westen, was auch immer es ist, die waren auch zu Beginn relativ teuer. Es wurde in geringen Stückzahlen produziert, also Anfang der 2000er. Es war nicht klar, ob dieser Markt überhaupt relevant wird, dieser Outdoor-Markt. Und deswegen war, die Herstellung war teuer, dementsprechend wurde es teuer verkauft, aber es gab immer wieder Leute, die, die da zugeschlagen haben und dann in besserer Ausrüstung unterwegs waren. Und wenn man sich Bilder von den Alpinisten Anfang der 2000er anschaut, dann wird man meistens sehr schlichte Ausrüstung finden, denn das war das, was sich die Masse am ehesten leisten hat können. Also das waren keine schick designten Helme, sondern das waren einfach Helme. Punkt. Da waren keine Lüftungsschlitze oder sonst was. Und selbes galt auch für Sicherungsgeräte. Da gab es eine, 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 die HMS-Sicherung, denn die war günstig und deswegen hat darauf die Masse gesetzt, als dann der, der, der Abseilachter und so weiter eingeführt wurde. Und da wurde das dann irgendwo auch mitgenommen und so weiter. Aber die, die Ausrüstung musste relativ günstig sein. Die Masse wollte sich da, wollte da gar nicht viel Geld dafür ausgeben. Und da hat sich gesellschaftlich aber einiges getan. Also seitdem muss man sagen, ist auch Bergsportausrüstung teuer und sie wird trotzdem gekauft. Früher war sie gar nicht teuer, beziehungsweise es gab keinen Unterschied zwischen billig und teuer. Es gab die Ausrüstung und die wurde gekauft. Und wer sich nicht leisten konnte, hat gespart, bis er sich leisten konnte. Und that's it. Heute ist der Markt sehr diversifiziert worden. Also durch sehr günstige Anbieter, die aber sehr systematisch klein gehalten werden von der Konkurrenz und sehr teure Anbieter, die sich profilieren möchten am Markt und die vor allen Dingen Alleinstellungsmerkmale hervorheben möchten. Und in den letzten Tagen bin ich dann so ein bisschen auf die Suche nach so Alleinstellungsmerkmalen gegangen und da ist mir etwas aufgefallen. Die Marken haben heutzutage keinerlei Alleinstellungsmerkmale und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Werbetrommel so aggressiv gerührt wird. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Aber diese aggressive Werbemethoden, die heute eingesetzt werden, also es wird ja überall penetrant geworben mit der besten und tollsten Jacke und der besten und tollsten Hose und so weiter. Ich habe dazu ja auch schon mal ein Video gemacht zum Thema bei Skitourenbekleidung sparen. Da ging es auch darum, dass es wahnsinnig tolle, teure Hardshelljagden gibt, die aber für den Anwendungsbereich gar nicht gemacht sind. Und ich beobachte das auch bei Skitourenschuhen. Da werden dann Schuhe verkauft mit einer extrem schlechten Schaftrotation, die ausschließlich für absolute Freerider konzipiert worden sind. Und dann steht in der Beschreibung oder in der Werbung dabei für maximale Flexibilität. Und dann frage ich mich, was das denn soll. Also mit was für einer Dreistigkeit man heute Produkte verkauft. Und es ist ganz schwer, den Spagat zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart zu schlagen. Schließlich ist das ja alles fließend und verlaufend. Und der Markt passt sich doch nur auch irgendwo den Konsumenten an. Und früher war die Ausrüstung praktisch und jeder wusste, wofür ein Ausrüstungsgegenstand verwendet wird. Heute konkurrieren aber Marken miteinander und wollen und brauchen auch irgendwo stets ein Alleinstellungsmerkmal. Aber es gibt diese Alleinstellungsmerkmale gar nicht mehr. Sie sind weg, denn wenn ich mir jetzt eine Jacke von der Firma A oder eine Jacke von der Firma B kaufe, dann werden sie in der Regel sogar meistens in derselben Fabrik produziert und meistens wird dann einfach nur ein anderes Label oder ein anderes Logo drüber gebügelt. Und ich frage mich, ob wir eigentlich schon so unglaubliche Opfer von Marketing und Kampagnen und Werbung geworden sind, dass wir selbst gar nicht mehr merken, dass wir eigentlich die ganze Zeit verarscht werden. Denn in den letzten 20 Jahren hat sich sicherheitstechnisch in der Ausrüstung relativ wenig getan. Ich möchte nicht sagen nichts, aber ich sage relativ wenig. Zum Beispiel die Einführung der Halbautomaten in den Sicherungsgeräten. Die war definitiv ein wichtiger Meilenstein fürs Klettern. Auf jeden Fall. Möchte ich gar nicht absprechen. Aber es ist eine verhältnismäßig sehr kleine und sehr klein wirkende Entwicklung, wenn man so auf die große Zeitspanne der letzten 150 Jahre umlegen würde. Da stellt sich mir aber dann gleichzeitig auch die Frage, warum ist in dem einen Sektor oder in der heutigen Zeit so vieles plötzlich notwendig, um irgendwie Spaß am Berg zu haben oder Spaß im Bergsport zu haben. Und früher war das irgendwie nicht der Fall. Früher war das alles einfach nicht notwendig. Früher hat man diese Dinge einfach nicht gebraucht. Und ich frage mich dann schon, wieso brauche ich sie denn heute eigentlich? Brauche ich sie denn wirklich? Oder erzählt mir nur jemand, dass ich sie brauche? Das ist nämlich ein fundamentaler Unterschied, meiner Meinung nach. Und da kommen wir natürlich zur Bedarfskreierung, da kommen wir zu Marketing. Und dann versuchen sie aggressiv einen Bedarf zu kreieren, den es eigentlich gar nicht gibt. Und je mehr ich mich im Bergsport, vor allen Dingen mit der Vergangenheit, beschäftige, desto mehr fällt mir eigentlich auf, wie sich das in den letzten Jahren immer problematischer entwickelt hat. Denn heute höre ich Menschen sagen, dass sie nicht mit dem Bergsport anfangen können, weil sie sich das nicht leisten können. Das ganze Gewand und die ganze Ausrüstung und so weiter. Und dann denke ich mir ganz oft, ja okay, aber ganz viel von dieser Ausrüstung brauchst du eigentlich gar nicht. Wieso glaubst du denn, dass du das brauchst? Und dann beziehen sie sich auf die Marken, die immer Werbung dafür machen. Und dann ist plötzlich der Ottovox-Rucksack oder der teuerste Rucksack, der relevante und der wichtige und der einzig wahre Rucksack für das ganzheitliche Erleben am Berg und nicht einfach irgendeinen Rucksack. Ein hochpreisiges Produkt ist nicht immer unnötig, aber ein unnötiges Produkt ist immer hochpreisig. Denn wenn ein Produkt unnötig ist, dann ist jeder Cent, den ich dafür zahle, einer zu viel. Wir leben in gewisser Weise in einer Welt der Wegwerfgesellschaft. Wir besorgen uns gerne neues Spielzeug, wenn wir das Geld dafür haben. Wir haben vielleicht auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, so ein bisschen den Bezug dazu verloren, was man denn tatsächlich braucht. Was ist denn nützlich und was nicht. Und ich glaube, es gibt heute viel mehr unnötige und unnützliche Produkte am Markt als nützliche und brauchbare. Und vor allen Dingen werden eigentlich alle Produkte und Gegenstände sehr austauschbar. Wenn ich mir überlege, dass ich ein und dieselbe Jacke von fünf verschiedenen Herstellern habe oder haben kann in einem Geschäft, dann stelle ich mir doch schon selber auch die Frage, warum? Also warum machen die das denn? Und vor allen Dingen, warum immer zu unterschiedlichen Preisen? Warum gibt es die einmal ein bisschen teurer und einmal ein bisschen billiger? Denn wenn man sich die Zusammensetzung und den Aufbau anschaut, wenn man sich mit der Materie, der Bekleidung tatsächlich beschäftigt, dann wird man feststellen, dass diese Dinge alle überflüssig sind. Also dass vieles einfach überflüssig ist und dass vieles aber auch einfach deswegen so teuer ist, weil es wird einfach alles verbaut, was man hat oder was man anbieten kann in ein Kleidungsstück, in eine Jacke zum Beispiel und damit kann man dann einen sehr, sehr hohen Preis rechtfertigen. Günstige Jacken gibt es ja nicht mehr. Also ich kenne oder mir würde jetzt kein Hersteller einfallen, bei dem ich eine wirklich brauchbare Hardshelljacke für 80, 90 oder 100 Euro bekomme. Das war aber vor ein paar Jahren noch relativ möglich, nicht einfach, aber es war auch definitiv möglich, hochwertige Ausrüstung für normales Geld zu bekommen. Wenn man es in Relation zu heutigen Preisen setzen würde, dann würde man sagen, heute ist alles viel, viel teurer und das hat jetzt nichts mit der Wirtschaft oder der Inflation zu tun, sondern einfach damit, dass es ein sehr hohes Angebot gibt, aber irgendwie die Nachfrage gar nicht so immens ist. Aber warum ist denn das eigentlich alles so teuer? Naja, hauptsächlich, weil wir Konsumenten es uns einfach schmecken lassen. Wir lassen uns die Verarschung unter Anführungszeichen aber einfach dieses ganze Marketing-Konstrukt tatsächlich aufpressen. Wobei, man muss sagen, in den letzten Jahren hat sich da einiges getan. Viele Leute, gerade die anfangen im Bergsport sich zu bewegen, die wollen nicht so viel Geld dafür ausgeben. denn 700 Euro für eine Jacke oder 500, 400 Euro für eine Hose, das ist unfassbar viel Geld oder 500 Euro für Schuhe, das ist unfassbar viel Geld und niemand weiß so recht, wofür er das bezahlt, denn gerade die Anfänger, die können die Unterschiede nicht so wirklich erkennen. Und das ist vielleicht auch das große Glück der Anfänger, dass sie sich nicht so im Detail damit auseinandersetzen, was inwiefern was bringt. Das große Pech der Anfänger ist aber, dass hinter jedem Produkt ein Verkäufer steht, der es dir verkaufen möchte und dir dann erklärt, dass du das brauchst. Und dieses Jahr möchten wir auch am Kanal sehr viel deutlicher machen, dass man ganz, ganz vieles eben nicht braucht und dass man ganz, ganz vieles sich eben sparen kann, wenn man nicht das oder jenes macht. Also viele Leute legen sich Ausrüstungen zu, die sie in ihrem Leben niemals brauchen werden. Das gilt für Bekleidung, das gilt aber auch für technische Ausrüstung. Worauf will ich denn eigentlich hinaus? Wenn man die Entwicklung des Alpinismus in Bezug oder in Relation zu der Entwicklung des Marketings von verschiedenen Herstellern und Marken setzt, dann wissen diese Marken, dass sie jetzt bald an einem Ende angekommen sind. Es gibt keine guten Gründe mehr, technische Ausrüstung zu kaufen, denn der Markt wird immer kleiner, obwohl die Masse immer größer wird. Wie gibt es das? Naja, die Bergsportprodukte haben für die Hersteller ein großes Problem. Sie sollten und sie müssen aufgrund von EU-Normen oder sonstigen Richtlinien sehr haltbar sein. Also ein Pickel darf nicht einfach nach dem zweiten Einsatz auseinanderfallen und ein Karabiner darf nicht einfach brechen. Und das bedeutet, dass die Hersteller dementsprechend nicht viel Absatz generieren können. Denn jeder legt sich viele Produkte einfach nur einmal zu für sehr, sehr lange Zeit. Und ich befürchte, dass es hier, also ich bin einerseits froh, dass es Qualitätsstandards gibt, die eingehalten werden müssen, denn sonst müssten wir uns wahrscheinlich damit abfinden, dass viele Dinge plötzlich kaputt werden, obwohl sie gar nicht kaputt sein müssten, weil an der Qualität gespart wird. In diesem Fall bin ich sehr dankbar, dass es da dementsprechende Regulierungen und Richtlinien für Sicherheitsprodukte und technische Ausrüstung gibt. Bei der Bekleidung, joa, da müssen wir jetzt uns mittlerweile ohnehin mit Obsoleszenz herumschlagen und das ist ein Faktor, den ich immer mehr kommen sehe, also, dass alle Produkte relativ bald mal kaputt sein werden, aber sie sind deswegen nicht billiger, also die Haltbarkeit, die wird ja auch irgendwo bewusst runtergeschraubt und deswegen appelliere ich auch immer so ein bisschen daran, wenn ihr Sachen gebraucht findet, die schon etwas älter sind, die vielleicht noch etwas herkömmlicher, konservativer, ursprünglicher produziert worden sind, dann greift zu. Ihr müsst nicht immer gleich das Neueste kaufen, denn gerade im Bekleidungssektor ist das Neueste meist nicht das Bessere. Aber bei technischer Ausrüstung, da ist das ein wenig anders und ich glaube, dass dieses verzweifelte Handeln der Industrie jetzt bald an die Spitze getrieben wird, denn man sieht, dass jetzt angefangen wird mit Sponsoring in den letzten zwei, drei Jahren. Es wird angefangen, Influencer zu überzeugen, mit den Marken zu kooperieren und so weiter und das halte ich für einen unglaublich bedenklichen Fehler. Und darauf möchte ich jetzt noch abschließend zu diesem Ausrüstungsthema zu sprechen kommen. Wenn ihr jemanden seht, der mit einer Dinnerfit oder Salewa oder Mammut-Ausrüstung unterwegs ist, dann bedeutet das nicht, dass das qualitativ hochwertige Ausrüstung ist. Das wird euch als Anfänger oder als Einsteiger in den Sport aber suggeriert, weil Leute, die vielleicht professionell das Ganze betreiben oder eben eine sehr große Reichweite haben, damit ausgestattet sind. Und natürlich sind diese Menschen in gewisser Weise auch Vorbilder, denn sie machen Sachen, die sehr schön sind oder die sehr cool ausschauen und man möchte denen dann in gewisser Weise nacheifern. Und dieses Nacheifern bezieht sich auch auf die Ausrüstung und das wissen Marken. Influencer heißen nicht ohne Grund Influencer. Und das wissen die Marken eben und deswegen steigen sie jetzt in den Markt der Social Media Kanäle ein, indem sie Leute umwerben. Das Problem ist aber, dass diese Marken nicht darauf aus sind, euch die bestmögliche Ausrüstung zu empfehlen, sondern die Ausrüstung, die sie eben herstellen. Und hier möchte ich nochmal ganz klar sagen, es gibt Pickel, die sind scheiße und es gibt Jacken, die sind top. Und es gibt Jacken, die sind scheiße und es gibt Pickel, die sind top. Nicht beide Top-Produkte müssen unbedingt vom gleichen Hersteller sein. Aber wenn eine Marke eine Firma oder eine Privatperson sponsert und dementsprechend ausstattet, dann ist das vollkommen egal, ob der Pickel jetzt Schrott ist oder die Jacke Schrott ist. Irgendwas wird schon passen, weil sonst hätte die Marke ja ohnehin keine Daseinsberechtigung. Aber irgendwas ist in der Regel Schrott. Und ich sage es ganz klar und deutlich. Es gibt Bekleidungshersteller, die sind wahnsinnig toll darin, Bekleidung herzustellen. Sie stellen aber auch technische Ausrüstung her. Diese technische Ausrüstung ist nicht nur unfassbar schlecht, sondern sie ist auch teilweise völlig überteuert. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt. Es gibt Firmen, die stellen technische Ausrüstung her und die ist top. Aber die stellen eben auch Bekleidung her, die absolut grottig ist. Und das ist jetzt ein Zug, auf den die Firmen aufspringen, dass sie versuchen, in die Social Media Kanäle einzusteigen und mit Leuten gemeinsam ihre Produkte zu promoten. Unter diesen Produkten ist Schrott dabei. Und ich vertrete das mit jeder Faser. Jede Firma hat entweder technische Ausrüstung oder Bekleidungsgegenstände, die minderwertig sind. Und diese Firma will sie aber trotzdem verkaufen. Natürlich will sie sie verkaufen. Wofür hat sie sie dann produziert? Aber das bedeutet, dass ihr die nicht kaufen solltet. Denn Bergsteiger, die gerade in einem heute so teuren Segment, Bergsport ist ein unglaublich teures Segment, einsteigen möchten, die sollten sich nicht von Influencern beeinflussen lassen. Denn die verkaufen dir oder verkaufen nicht direkt, aber die promoten von einer Firma alles. Den größten Schrott und die besten Produkte. Und die Differenzierung, die gibt es nicht. Es gibt keine Differenzierung. Ihr könnt es nicht differenzieren, wenn ihr nicht in der Materie drin steckt, wenn ihr diese Dinge nicht selbst in der Hand habt und sie beurteilen könnt. Und eines möchte ich ganz klar und deutlich sagen. Der Influencer wird euch nicht verraten, was Schrott ist und was Tolles. Ein Hans Fichtel, um den Bogen zurück zu spannen. Ein Hans Fichtel war davon überzeugt, dass seine Idee und seine Innovation im Bergsport Leben retten kann und sinnvoll ist. Aber heute geht es im Bergsport nicht mehr um Sinn. Heute geht es um Marketing, heute geht es um Verkaufszahlen und heute geht es darum, dass Firmen aufgrund von Langlebigkeit von Produkten, vor allen Dingen bei technischer Ausrüstung, am seidenen Faden hängen, weil sie mit aller Kraft versuchen müssen, zu verkaufen. Und am besten mehrfach. Denn ein Kunde, der ein Produkt von einer Firma kauft, hält nicht die ganze Firma und das ganze Rad am Drehen. Und deswegen könnt ihr davon ausgehen, dass die Marketingstrategien immer aggressiver werden und vor allen Dingen immer intransparenter. Influencer-Marketing ist das intransparenteste Marketingprinzip meiner Meinung nach, das es im Bergsport geben kann. Denn wäre es transparent, wüsste man, dass die Jacke, die der anhat, ein kompletter Dreck ist, aber der Pickel genial oder eben umgekehrt. Ich will ja keine Namen nennen, weder von Firmen noch von Influencern. Jeder weiß, jeder kann sich, man muss nur bei Instagram durchschauen, man findet relativ schnell heraus, wer gemeint ist und vor allen Dingen, wer auch ein großer Teil des Problems ist. Insofern würde ich da, würde ich sagen, dass man da gar nicht viel drüber reden muss, wen das ganze Problem betrifft. Und wenn mir ein Mensch, das ist das große Problem, was ich sehe, die Instagram-Branche um Bergsteigen ist relativ jung und jeder Influencer auf Instagram oder sei es auf YouTube freut sich sehr, wenn er eine Einnahmequelle damit kriegt oder gratis Produkte kriegt. Auf jeden Fall, die Angebote hatte ich auch schon. Aber Fakt ist, dass das ein ganz, ganz problematisches Gebiet ist, in dem man hier Influencer-Marketing betreibt. Denn man verkauft oder man repräsentiert als Influencer Produkte, von denen man wissen sollte, dass sie schlecht sind. Und ich weiß, dass manche Influencer mit Dingen unterwegs sind, von denen sie unmöglich selbst überzeugt sind können. Vollkommen ausgeschlossen. So was kauft kein Mensch. Aber das ist ja genau das große Problem der Hersteller. Und deswegen sind sie ja sehr bedacht darauf, dass sie eben diese Produkte dementsprechend platzieren, um dann auch diesen Schrott zu verkaufen. Und Marketing ist unglaublich mächtig. Und das weiß jeder von euch. Wir wissen alle, wie wichtig und wie spannend und beeinflussend Werbung sein kann. Aber Fakt ist, dass wir gerade im Bergsport sehr, sehr hohe Kosten haben, wenn wir dementsprechende Ausrüstung haben wollen. Und das wissen die Hersteller und treiben dementsprechend die Preise sehr, sehr hoch. Und die Herstellungskosten sind teilweise lächerlich gering. Oder eben die Qualität ist lächerlich gering. Wenn ich einen Pickel für 70 Euro kaufen kann, dann ist das ein tolles Angebot. Aber wenn der Pickel unglaublich schlecht ist oder vielleicht sogar gefährlich, dann ist das beschissen. Und das sollten wir einfach nicht vergessen, wenn wir einkaufen gehen und wenn wir uns vor allen Dingen in der heutigen Zeit Influencer anschauen und uns anschauen, wie man heutzutage Produkte an den Mann bringen möchte. Wir sollten uns nicht so sehr von Marken beeinflussen lassen. Wir sollten uns nicht so sehr von Influencern beeinflussen lassen, auch wenn es irgendwo im Wort drin steckt. Wir sollten vor allen Dingen uns informieren, was wir wirklich brauchen an einem Produkt und was nicht. Was überflüssig ist und was nicht. Vergessen wir diese tollen Beschreibungen. Beschreibungen sind Werbung. Wenn da drinnen steht, für maximale Flexibilität, aber die Werte passen nicht zur maximalen Flexibilität, dann sollten wir das wissen und sollten dem Ganzen auf die Schliche kommen, bevor wir zuschlagen. Wir sollten Firmen keine Plattform bieten und vor allen Dingen keinen Umsatz bieten, die uns nachweislich verarschen. Und verarscht werden wir in den letzten Jahren von der Industrie noch und nöcher. Und das sehe ich als Riesenproblem, denn es fällt immer weniger auf und gerade neue Einsteiger in den Bergsport vergessen gerne oder übersehen gerne, wie leicht man eigentlich Sachen kauft, die man gar nicht braucht. Viele Produkte sind gar nicht schlecht. Die meisten Produkte sind gar nicht schlecht, aber die meisten Produkte sind unglaublich teuer, weil sie für eine Anwendergruppe gemacht worden sind, die die meisten Leute gar nicht sind. Aber wenn diese Produkte so vermarktet werden, dass man sagt, jeder kann das brauchen und das ist ja der Witz an Marketing, dann schlagen eben oft Leute zu, die diese Produkte gar nicht brauchen könnten. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, aber wer sich's leisten kann und will, soll doch, ist doch sein Problem. Ja, aber oftmals geben Leute Geld aus, dass sie vielleicht für was anderes investieren hätten können oder für was anderes ausgeben hätten können. Was viel schlauer gewesen wäre. Wenn sich jemand eine Jacke für 600 Euro kauft, weil der Verkäufer ihm erklärt, dass das notwendig ist und weil in der Beschreibung des Herstellers steht, dass die notwendig ist für Klettereien oder sonstiges, dann spart er vielleicht an sicherheitsrelevanter Ausrüstung wie Sicherungsgeräten, einem Seil oder sonstigem und da wird's dann richtig gefährlich. Und wenn ich sehe, dass sich Leute dann bei Amazon, Seile, Kletterseile, irgendwo von Alibaba Express bestellen, dann kriege ich richtig Angst. Und wenn ich dann sehe, dass vielleicht dieselben Leute im Bergsportgeschäft stehen und sich irgendwelche 600 Euro Hardshelljacken anschauen, dann weiß ich, dass die Marketingstrategie dieser Hersteller funktioniert und dann weiß ich auch, dass ich sagen muss, passt auf, jetzt sollten wir langsam echt hellhörig werden, ob wir nicht tatsächlich verarscht werden von der Industrie. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Das Thema Ausrüstung am Berg ist wahnsinnig strittig, weil manche Ausrüstungsgegenstände einfach notwendig sind. Und da ist es auch gut, dass es viele Anbieter gibt, unter denen man wählen kann, wo Feinheiten dementsprechende Unterschiede bilden und auch der Preis dementsprechend unterschiedlich sein kann. Aber es gibt sehr viel Ausrüstung, über die einfach nur Umsatz generiert werden soll und definitiv kein sinnvoller Hintergedanke dahinter steckt. Denn in Herstellern ist es wirklich, so hart es klingt, aber den Herstellern ist es wirklich egal, was ihr mit eurer Ausrüstung oder mit deren Ausrüstung dann letztlich macht, ob ihr den Anwendungsbereich überhaupt ausfüllt oder nicht. Das ist denen vollkommen wurscht. Die wollen das teuerste Produkt verkaufen, das sie haben und so viel wie möglich. Dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Und es gibt Hersteller, die bilden hier definitiv die Ausnahme, aber das sind dann meistens auch die kleineren Hersteller. Die großen Platzhirschen am Markt, die, die pfeifen auf den Konsumenten. Und das ist etwas, was sie möglichst gut verschleiern wollen. Und am besten verschleiern sie es, indem sie kleinen Privatpersonen mit großer Reichweite sozusagen versuchen zu vermitteln, dass sie ihrer Community vermitteln sollen, dass diese Firma ganz toll ist. Wie gesagt, es ist keine Kritik an den Personen, die dieses Angebot von den Firmen nutzen. Es ist auch keine Kritik an den Firmen per se. Das ist nun mal Wirtschaft, das ist nun mal Kapitalismus, das ist nun mal die Welt, wie sie funktioniert. Aber wir sollten eben nicht blind ins Messer laufen, wenn wir uns Ausrüstung zulegen, sondern vielleicht uns überlegen, ob es nicht es wert wäre, uns besser über die Begriffe, die da immer verwendet werden, zu informieren und zu überlegen, wie man eigentlich tatsächlich draufkommt, was man braucht und was nicht und welche Begriffe sinnvoll sind und welche einfach nur cool klingen und Marketing sind. Aber es gibt definitiv auch die Hersteller, die wirklich gute Sachen produzieren, zu normalen Preisen, nicht mit 200, 300 Prozent Marge und so weiter. In diesem Sinne, auch wenn das wieder ein sehr, sehr kontroverses Thema ist und auch wenn dafür wieder sehr viel Kritik kommen wird, ich freue mich immer auf eine sachliche und interessante, spannende Diskussion und dementsprechend schreibt es mir gerne per Mail oder eben in die YouTube-Kommentare bei YouTube im Videopodcast. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Heil. 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 Heil.